Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar SuperCraft. Ich hatte davon eigentlich schon eine Folge aufgenommen, allerdings habe ich die Audiospur verkackt. Ja, ja, ich weiß, nennt mich Albert Hitler oder wie er auch heißt. Und ja, wie gesagt, eigentlich hatte ich statt von einer Folge, deshalb ist hier so ein bisschen was. Ich kann mir fail werden auf jeden Fall. Das ist wieder so, ich habe keinen Sound. F3 und, äh, T. Das habe ich jetzt erstmal schon verkackt. So, ich muss nochmal kurz... Ja, okay, es sollte stimmen. Und, okay, jetzt hat nochmal Sound. Ich mache den nochmal eben ein bisschen lauter. Und wie man hinter mir sieht, sieht man nichts. Geil, gell? Ich werde euch eben mal kurz zeigen, wie es eigentlich aussieht. Wie gesagt, ist jetzt ein Greenscreen. Das heißt, wie gesagt, ich habe es noch nicht gesagt, hinter mir steht jetzt ein Greenscreen. Das sollte man gesehen haben. Und ich finde das eigentlich ganz nice. Aber wie gesagt, ich gehe da immer wieder auf eure Kommentare ein. Wie ihr das findet. Vielleicht wollt ihr auch gar keine Facecam haben, weil ich meine, wie sich es hässlich ist. Tja. Wir spielen jetzt auf jeden Fall Supercraft. Ich sollte vielleicht auch wieder nachpflanzen, wenn ich was abernte. Und das ist mein Grundstück. Hier kann ich bauen. Ich habe Rüstung gesponsert bekommen. Und da sind noch Kartoffeln drin. Ja. Gut, ich habe Zero Coal und eine Kartoffel. Geil. Also ich würde mal sagen, es läuft perfekt. Und ich gehe jetzt erstmal meinen. Ja. Davon gibt es jetzt eine Timelapse. Bis gleich. Bis gleich. cool ich habe das holz vergessen nicht passiert nach oben ich bin Musik Ach du heilige Scheiße Ich bin jetzt erst unten Ah, das ist cool Musik 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 Oh shit, ist das ein Cave? Auf... Your Jackpot! Oh, ja, Diamonds, Diamonds, einer, was, Diamond, das ist jetzt dreckig. Das ist jetzt dreckig. Ich werde mich jetzt wieder an die Oberfläche gleich begeben, denn die Schlucht war jetzt nicht ganz so geil, wie ich es mir halt erhofft hatte. Ich nehme jetzt noch das alles mit und dann, ja, weiß ich nicht, ob ich das hochtimelapsen soll. Ich werde es einfach schneiden. Bis gleich. So, wir sind jetzt wieder zu Hause. Wir werden uns auch ins Bettchen legen direkt. Gut, dann machen wir jetzt erstmal im Haus weiter, oder fangen erstmal an. Ähm, so, das ist ja einfach nur, ups, eine Plattform. Äh, das hier hat Fanatics gebaut, einen Stream oder so, hat er gesagt, will er das machen, hat er anscheinend auch gemacht. Ich schmilze jetzt. Ich glaube, ich habe gerade beides, ja, geilo, schlau. Ich werde es sogar benutzen. Und nicht wieder abreißen. Was ich erst vorhatte. Alter, diese Sounds von dem Ofen, ne? Gras ist hier auf jeden Fall, wächst richtig gut. Ja, ist denn das? Tatsächlich? Ach, nö. Es gibt doch kein Optifine, wegen, 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 äh, Saisern, äh, jajay. Hier ist nirgends, äh, Sand. Scheiße, muss ich ein bisschen wandern, um ein Glas zu bekommen. Versuche ich einmal eine Wüste zu finden und hau dann direkt da ein paar Stacks rein. Dann nehme ich aber eine Schaufel, also dann nehme ich eine verzauberte Schaufel wahrscheinlich, hoffentlich schon mit. Holy, was ist das denn? Seems legit. Und dann hier wieder weiter drei. Also das waren jetzt nur zwei, weil ich geistig behindert bin und nicht zählen kann. Und dann geht es hier nochmal ein, ne, ach, genau, falsch rum. Nochmal runtergesprungen. So. Dann wird es, ey. Dann geht es so. So soll das aus. Ja, finde ich gut. Kann es doch mal hier hochwachsen. Das geht doch. Locker easy geht es. So, dann will ich auch nicht, dass der kacke. Das hier kommt auch nochmal weg. Das war schon mal falsch. So, das war ein bisschen skilly. Ach, dem Trick traue ich jetzt auch nicht mehr nach. Also, ich muss jetzt, ich muss jetzt einfach ein bisschen farmen. Steine und so. Dann werde ich hier direkt schon mal ein Stack Steine jeweils auch durchhauen. Und, ja, das wird jetzt ein bisschen dauern. Das waren jetzt 40 Minuten. Die werde ich irgendwie auf, hoffentlich irgendwie 10 zusammenkappen. Oder vielleicht mehr, weniger ein bisschen. Und, ja. Schreibt eure Meinung immer wieder, äh, rein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Wertung natürlich freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss.